Vertriebsgebietsmanagement. Was bedeutet das konkret und wie groß ist der Verschnitt beim Managen Ihrer Vertriebsgebiete? Vertriebsgebiete im Einklang mit den Unternehmenszielen zu planen und in Balance zu halten, ist eine echte Herausforderung. Die zentrale Frage dabei ist, wer verkauft was an wen? Wer zum Beispiel ein individueller Vertriebsmitarbeiter, eine Vertriebsorganisation oder ein externer Partner. Das was beinhaltet Produktkategorien oder spezifische Produkte und Dienstleistungen. An wen privat oder Geschäftskunden? Häufig gibt es diverse Quellsysteme, die von Hand bereinigt, validiert und dann manuell übertragen werden müssen. Viele Regeln sind zu berücksichtigen, was ohne systemgestützte Regelautomatismen wirklich schwierig ist. Die ideale Prozesskette führt von der strategischen Planung bis hin zur permanenten Optimierung durch intuitive Was-wäre-wenn-Analysen, um weitere Potenziale zu erkennen. Fusion Territory Management deckt all diese Anforderungen ab und ist somit das ideale Werkzeug zum Managen zwischen ihrer Vertriebsgebiete. Das ist der Homescreen der Fusion Applications. Hier kann jeder Benutzer frei entscheiden, welche Inhalte er sehen möchte. Auf der linken Seite ist eine Webseite eingeblendet, in diesem Fall die Easy4U Webseite. Auf der rechten Seite sieht man das Oracle Social Network, die neue Kollaborationsplattform, die in den Fusion Applications bereits integriert ist. Über den Navigator gelangt man zentral zu den einzelnen Funktionsbereichen der Oracle Fusion Applications, für die man eine rollenspezifische Berechtigung hat, wie zum Beispiel CHM, EAP oder HCM. Das Fusion Territory Management ist hier ein elementarer Funktionsbaustein. Der Bildschirm Active Territories zeigt zwei Vertriebsgebiete hier in Florida, die unausgewogen zwischen den Vertriebsmitarbeitern verteilt sind. In diesem Beispiel ist Andrea Muddemann in Florida für den Verkauf der PCs zuständig. Ihr bisheriger Jahresumsatz beträgt 930.000 Euro. Herr Weber macht im gleichen Gebiet den doppelten Umsatz mit dem Verkauf von Phones und Tablets. Für die Zukunft soll hier ein Gleichgewicht geschaffen werden. Dazu werden die abgeschlossenen Vertriebsvorgänge analysiert, mit dem Ergebnis, dass die Tablet-Verkäufe 400.000 Euro Umsatz in Florida ausmachen. Um diesen Umsatz einem anderen Mitarbeiter zuzuordnen, wird eine Was-wäre-wenn-Analyse durchgeführt. In dieser Analyse wird innerhalb der Produktdimension die Kategorie Tablets aus dem Gebiet von Herrn Weber entfernt und dem Gebiet der Kollegin zugeordnet. Das führt zu einer Gleichverteilung der Umsätze in Florida. Möchte man ein neues Vertriebskonzept für die Großkundenbetreuung einführen, so ist das mit dem bisherigen Beispiel nicht realisierbar. Dazu muss die neue Dimension Account Type aktiviert werden. Diese Dimension unterteilt die Kunden in Named und Not Named, also in definierte Großkunden und alle anderen. Danach fügt man in der Was-wäre-wenn-Analyse ein neues Vertriebsgebiet für Florida hinzu und setzt die Dimension Account Type auf Named. Dem neuen Vertriebsmitarbeiter wird nun ausschließlich der Umsatz der Großkunden zugewiesen. Dadurch überlappen sich die drei Vertriebsgebiete, da die bisherigen Mitarbeiter durch die Auswahl Any auch die Großkunden betreuen würden. Um diese Überlappung aufzulösen, muss in den bestehenden Gebieten Not Named im Account Type gesetzt werden. Erst durch den Klick auf Activate wird die Was-wäre-wenn-Analyse auf die aktiven Territories entweder sofort oder zu einem gewünschten Zeitpunkt in der Zukunft angewendet. Durch die Einzigartigkeit von Fusion Territory Management sind Sie in der Lage, in wenigen Minuten Ihre Vertriebsgebiete zu analysieren und auszugleichen sowie neue Vertriebskonzepte einzuführen. Dabei kann die Applikation Standalone oder aufgrund der einfachen Integrierbarkeit im Koexistenzansatz mit bestehenden Systemen, zum Beispiel einem CRM, betrieben werden. Die Easy4U Expert Consulting AG ist der führende Spezialist für die Einführung von Oracle CRM-Applikationen mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind Oracle Platinum Partner und haben in den letzten zwölf Jahren über 160 Projekte erfolgreich eingeführt. Durch die Teilnahme am Fusion CRM Early Adopter Programm haben wir uns ein einzigartiges Know-how erarbeitet, das wir natürlich gerne mit Ihnen teilen möchten. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.